eine aufgabe noch aus woche 8 sie sind vier die letzte aus dieser woche und zwar besuche fünf benannte orte in einer runde heute hier den heli ich würde euch empfehlen macht das in solodur oder teams holt euch hier oben den heli liegt runter nach catty nach mitel dann nach lazy dann hoch nach misty und dann nach slurpy swamp und ganz einfach habt ihr so die aufgabe gemacht diese route erster ort zweiter ort dritter ort vierter ort und fünfter ort wenn ich euch helfen konnte lasst einen daumen nach oben da abonniert aktiviert die blocke und wir sehen uns beim nächsten mal wieder